Als ich zum ersten Male zu den Menschen kam, da tat ich die Einsiedler Torheit, die große Torheit. Ich stellte mich auf den Markt und als ich zu allen redete, redete ich zu keinem. Des Abends aber waren Seiltänzer meine Genossen und Leichname und ich selber fast ein Leichnam. Mit dem neuen Morgen aber kam mir eine neue Wahrheit. Da lernte ich sprechen. Was geht mich Markt und Pöbel und Pöbellärm und lange Pöbeluhren an?